Hallo zusammen und willkommen zurück zu Forever Stranded mit dem Cars Crafter. Hallo! Und mir aus der Stadt, weil wir haben jetzt die Stadt-Butter gebaut. Was haben wir noch mal in der letzten Folge bei dir gemacht? Ja, so ein bisschen hier dieses super krasse Ding, ne? Oh, das war sehr, sehr geil. Das war in einem seiner Loot-Bags. Eine unendliche Wasserquelle. Endlich haben wir sie. Super cool. Und dann haben wir offscreen noch hier den Gang ein bisschen erweitert und hier die Steine reingemacht. Und ja, das war es eigentlich. Also viel mehr haben wir hier nicht gemacht und halt vernünftige Treppen nach oben, weil wir hatten erst die Leiter, aber die ist kacke. Und jetzt wollen wir eigentlich den Nebentau erobern. Oh, was war denn? Natürlich super. Oh, hier ist ein Baum gewachsen. Ja, den müssen wir dann mal kaputt machen. Hey, Baum gewachsen. Das ist natürlich super gut, dass wir jetzt bei Nacht zu erobern, ne? Ja, nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Aber Tagsüber ist mir immer so warm. Aber guck mal, der Blitz, der kommt gerade entgegen. Scheiße, warte. Ich wollte gerade sagen, der kriegt da ordentlich auf die Fresse, aber kriegt da nicht. Komm raus, Blitz! Ist die Frage, sollen wir die Brücke fertigstellen und rüberlaufen? Oh, natürlich, da sind wir nur Kabelstone im Inventar, ne? Äh, Cleanstone, warte mal. Jetzt schon rüber? Was wolltest du denn noch? Wolltest du mal bis hell werden, oder was? Ja, wir können noch nachts mal gehen, ne? Warte, da wir bei mir immer so die Action-Scheiß-Folgen haben, dachte ich, wir machen heute auch heute an der Action-Scheiß-Folgen. Warte. Explodiert alles, alle sterben. Alles gut. Komm, wir machen mal so. Hier, warte, ich komm uns auch mal hoch, ne? Wir können ja da hinten auch n' Wasser-Eimer hinmachen. Ja. Oh, das ist geil, warte mal, da. Ich wollte die geile Idee, warte. Dann spülen die sie erstmal mal alle runter, aber zu uns. Also jeder, der sich da hinstellt und uns töten möchte, wird erstmal runtergespült. Okay. Dann brauche ich aber, ahne, das ist die Kabel zur Maschine, da brauche ich aber erstmal irgendwie n' Wasser-Eimer. Bestimmt in der letzten Scheiß-Kiste, oder hast du die? Ich hab beide Eimer und das Klabert drin, warte. Top, warte. Ja, egal, ich hab jetzt hier so'n Scheiß-Eimer. Ne, ich brauche n' richtigen Eimer. Darf ich n' richtigen Eimer? Jetzt brauchst du n' richtigen Eimer. Dankeschön. Darf ich n' richtigen? Ich weiß nicht, wo ich den hinteren soll. Das ist bestimmt, oh, da ist was drin. Nicht reinfallen, hier. Okay. Wo ist er? Da. Ah, da ist Wasser drin, danke schön. Geh doch nicht raus, Anne, bist du an dich rausgegangen? Ne, ich bin nicht rausgegangen. Bist du rausgegangen? Ne, sah nur so, schon Hallos hier in der Wüste. Oh, guck mal jetzt. Jetzt bin ich gespannt, wie der Plan funktioniert. Na super, hat er funktioniert. Okay, also irgendwie war es anders geplant. Die sollten runterfallen und nicht hier rüber schwimmen. Können wir den hier mal kurz wegmachen? Dankeschön. Bin so'n bisschen vergiftet. Ja, ich auch leider. Hä, was macht der denn hier? Krass. Krass, die kommen ja hoch. Okay, warte, wir sollten den Spawner mal töten da hinten. Ja. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Oh, haben wir irgendwas Wollmäßiges? Weil jemand hatte geschrieben, wir sollen uns mal ein Bett machen. Äh, coole Idee. Warum hast du die Brücke zu einer gebaut? Hast du die Brücke zu einer gebaut? Glaub schon. Ehrlich? Oder war ich das jetzt? Oh Mann. Mann, bin ich verwirrt. Kann sein, dass mein Hirn das gemacht hat. Aber es kann sich nicht mehr dran erinnern. Kann sein, muss aber nicht. So, warte, wir wollen jetzt die anderen Tower haben, damit wir da halt Farben reinbauen können. Äh, Monster Farm, uh, können wir theoretisch auch noch bauen, aber muss jetzt nicht. Ja. Oh, warte, man hat eins genäht. Aua. Mein Tag wirst du nicht haben, ne? Warte, Betten wäre geil, Betten wäre geil. Okay. Ich hab eins. Cool. Spawn, Spawnpunkt, schnell. Zack. Staff's rein. Zack. Boah, schläft ja im kleinen Bett wie ich, ey. Oh Mann. Ich schlaf immer mit nem Schwert in der Luft. So, pass mal auf, äh, der Spawner ist deaktiviert, sollen wir den wegmachen? Ja. Das ist ein Scheiß-Skelett, ne? Komm jetzt her. Oh Gott. Schüss-Skelett. Ich hab nur ein halbes, wie viele Herzen hast du denn? Drei. Ja, okay, ich hab ein halbes, ne? Aber jetzt kann ich auch sterben. Drei Herzen von bleiben. Ja, ne, warte mal, ich hab gerade in deinem Bett gelegen, vielleicht ist es resetet worden für dich. Das wäre doof. Ich mach ein zweites Bett, ne? Pass auf, im unteren Bereich machen wir eh wahrscheinlich. Wie heißt das? Äh. Farmen? Ne, äh, vielleicht ne Monster-Farm oder so, weil die halt auf Ebene Null ist. Ja. Und hier oben können wir halt Bäume und Pflanzen reinmachen. Ich mach jetzt mal ganz kurz alles schön hier drin. Ja. Ja. Mussten wir gucken, dass ich das... Scheiße. Wahrscheinlich wäre ich jetzt gleich hier runtergeschossen. Ich kenn mein Glück. Hey. Was ist denn hier drin? Gute Tinker-Sachen. Cool. Oh, da war ne Truhe. Gar nicht gecheckt, Mann. Leute, ich hab gedacht, du hast dir da liegen lassen. Ne, 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 ne. Und ja, das Mod-Pack machen so um die 400 YouTuber. What the fuck? Was ist mit dir passiert? Warum? Was passiert? Irgendwie hat mich da jemand getroffen und dann war so ein böses Lachen. Und ich sag nur einfach mal... Irgendwann geht. Okay, warte mal da oben. Hast du ein paar Steine mit? Ja. Äh... Da. Da. Ich weiß aber nicht, was das war. Perfekt. Was ich getroffen hat. Ah, da unten ist ein Blitz. Ja, toll. So weit kann er schießen. Ja, geil. Krasser Typ, ey. Krasser Blitz. Ich weiß gar nicht, was ich... Äh, ich laufe voll dumm rum die ganze Zeit. Nein, ich will nicht, dass du nochmal schießt. Dankeschön, Frau Steffik. Oh, weißt du, was ich auch super geil finde? Das, äh, hab ich glaube ich schon mal gesagt, wenn man die Sachen wieder aufnimmt, dass die dann im selben Slot sind wie vorher. Ja. Das ist so geil. Ja, so wie du dich da immer bei Tinkers drüber aufgeregt hast. Ja. Oder beim Ted im Together, ey. Alles immer neu sortieren. Super ätzend. Und Leute, die Facecam kommen wahrscheinlich wieder. Ich bin bald beim Friseur gewesen und dann wird man mein sexy Scheißgesicht wieder in der Kamera sehen, zumindest wer möchte. Wer nicht möchte, kann die einfach mit einem anderen Video oben verdecken. Genau. So als kleiner Tipp. So, warte mal. Etage ist gut. Haben wir noch Kohle zufällig? Ich hab gerade einige bekommen. Ausgezeichnet. Weil wir sollten hier oben auf jeden Fall schon mal ausleuchten. Bücherregale machen wir aber weg. Oh. Oh. Warte. Oh, warte mal. Hier waren Treppen, ne? Wie ich einfach den Style einfach behalte. Es wird hell. Nice. Mein Gott, sind da... Ach, da waren Zombies-Spawner da unten, ne? Hier oben, glaub ich, auch, ne? Also hier ist einer. Bau den mal weg jetzt. Darauf geschissen. Ey, hier sind so viele Spawner in der Fixstadt. Ah. Das Mesh ist... Ach nee, das läuft. Ich hab immer noch keine Emerald bekommen, Peter. Warum ist das so? Ach, stimmt. Wir wollen durch sieben einen Emerald erlangen. Also Classcrafter. Damit wir dann einen Market bauen können, weil... Wir Stiz haben wollen von Palm Service Craft. Genau, weil da kann man die drin tauschen. Warum auch immer. Oder wie auch immer. Werden wir dann sehen. Ich würde aber mal sagen, ähm... Warte mal, du hast Kohle bekommen. Darf ich die mal eben haben? Darf ich die mal sehen? Ja. Und ich brauche... Ich brauche Axel. Da könnt ihr auch Holzkohle machen, ne? Billiger. Ja, genau. Wood... Woodkohle. Auch genannt im, äh... Warte mal, du hast einige bekommen und gibst mir eine Kohle, oder was? Bekomme ich eine und gebe dir fünf? Achso, du hast eine bekommen. Ich hab ein G vorstanden. Warte, warte. Ich hab eine bekommen und gebe dir fünf. Hast du verstanden? Ja, genau. Ne, hab ich verstanden. Okay, gut. Alles gut. Warte mal kurz. Was wollte ich denn jetzt? Ach genau, ich wollte Erde mitnehmen. Eigentlich wollte ich ja Fackeln machen, aber ich hab oben... Ja, warte mal, ich setze die oben eigentlich cool. Aber haben wir noch Glas irgendwo? Wir haben nicht so viele Kissen. Wir müssen unbedingt ein M-E-System bauen, ne? Boi, yo. Ja. Hast du schon eins? Würde ich normalerweise in jedem Projekt immer so standardisiert dabei geben. So, hier hast du scheiß M-E-System. Ich habe kein Holz gefunden, ne? Ja, oben ist eben ein Baum. Ja, das weiß ich. Aber ich dachte, hier wäre noch irgendwo was drin, dass hier mal ich zwölf von den Scheiß-Truhen auf. Ich geh hoch. Ich hab nochmal eine Kohle bekommen. Oh, ist warm. Oh, einmal kurz abgekühlt. Wir gehen hoch. Und ja, wir bauen uns auch einen Kühlungsraum, sofern wir die nötigen Materialien dafür haben. Dann mein ich den unten hier gleich machen, ne? Warte mal, du hast... Da oben ist ein Baum. Hat aber schon zwei Dinge abgebaut davon, ne? Ist klar, da ist ein Baum. Die haben sich in einem Bett verwandelt, ne? Ah, okay, dann macht es Sinn. Alles gut. Die standen da einfach dann rum. Oh, oh. Emerald? Oh, nee. No. No, no, no. Ich hab Spawner-Shards. Was man damit auch immer machen kann, hört sich auf jeden Fall geil an. Das werden wir in dem neuen Projekt vielleicht rausfinden. Oh. Das wäre interessant. Warte mal, wann wäre das überhaupt? Heute. Ja, schon, ne? Also, Leute, wenn ihr euch wundert, warum auf einmal ForEverStranded um 17 Uhr kommt, dass die neue Upload-Zeit alle zwei Tage bei mir um 17 Uhr, wann Heiko seins hochlädt, keine Ahnung. Auch. Auch, okay, cool. Ansonsten kommt um 12 Uhr immer Minecraft Doors. Deswegen das neue Großprojekt mit ganz vielen neuen YouTubern, die man relativ, oder die relativ noch unbekannt sind. Ah ja, ich wollte eigentlich noch ein paar Kommentare, ähm, antworten. Auf dieses eine Video. Boah, ich bin total verwirrt. Was wollte ich denn hier machen, Marble-Zepplings? Nein, ich will verschissene Scheiß-Zepplings haben. Wo sind die denn jetzt? Boah, das waren aber viele Fäkalien, ey. Ja, irgendwie schon. Haben wir keinen normalen Zepplings mehr? Hier hoch, da muss halt einer gespawnt sein. Stimmt, oder? Hier ist einer. Supergeil. Haben die so alle in das Komposting gepackt? Richtige Dummköpfe so. So, hier kommt gar kein Emerald raus, Peter. Das ist Verarsche. Ich glaube, es gibt dann kein Emerald. Glaubst du ehrlich? Ich hab jetzt 20 Stück gesiebt. 20? 20! 20 Stück gesiebt. I'm going to Emerald. White and bright. So. Du bist weg, das. Ihr seht schon, ich hab F7 gedrückt. Und hier ist alles gelb. Das heißt, ihr könnt überall Monster spawnen. Das wollen wir natürlich nicht. Da müssen wir gleich mal gegenarbeiten. Aber erst mal ein bisschen diese ganzen supercoolen Regale weg. Genau, ich hab voll die geile Idee, ne? Wie ich mal einen verbalen Ausdruck in den Griff bekomme. Voraus. Immer, wo ich jetzt Scheiß einsetzen möchte, sage ich supercool. Das war richtig dumm. Dieses supercoolen Supersetzeln. Dann kann ich auch zu den ganzen YouTubern sagen, die ich richtig gut leiden kann. Ich stehe in einem... Hohoho. Baust du mir eine Schaufel? Das ist total dumm. Ey, ich stehe in einem Wasserloch und das kühlt mich nicht. Warum nicht? Oh, ich hab die Flamme an. Ja, ich auch. Genau. Ich hab auch bei mir in der Folge auch so gesagt, bitte hilf, wenn meine Flamme brennt. Das stimmt. Das wird aber bescheuert. Oh, ich war gerade verwundert, dass es aus einer Fackel, äh, aus einer Kohle vier Fackeln gibt. Aber ist ja normal, ne? Vanilla. Nice. Warte, ich komm runter, ich komm runter. Oh, ich überhitze. Oder ich hab ne Idee. Ich schlaf einfach oder ich arbeite jetzt einfach in diesem Wasser... Scheiße. Ne, ich komm runter, warte. Ja, aber das Wasserding bringt gar nichts. Ich kümm mich gerade nicht ab. Vielleicht hat sich das erhitzt, weil meine Körpertemperatur so hoch ist. Geh weg. Schon weil er im Lavaloch in der Nähe ist. Oh. Wir haben noch keinen Emirate bekommen. Ah. Ich bin nicht aber traurig. Ah, geht runter, geht runter. Sack. Aber wir auch. Oh, jetzt müssen wir... Oh, guck mal, das ist Gold. Hier, den hast du für dich. Was? Du wolltest den noch haben. Oh nein. Jetzt dacke ich hier, weil ich den sich kaputt gemacht habe. Oh Mann. Der hat alles kaputt. Es stürt ja gleich Lava aus, damit der... Oh, warte mal. Oh nein. In diesem Gang können Monsters spawnen, ne? Aber nicht aufgepasst. Warum küllt der sich denn hier ab? Was ist denn los mit dem? Du hast heute ein richtig heißer Tag. Kennst du das? Und deswegen auch die ganze Zeit diese unaufhörlichen Höhengeräusche. Ja, stimmt. Die sind kacke, fällt mir gerade mal auf, ne? Ja. Die sind die ganze Zeit. Ich gehe ins Wasserloch und die Temperatur wird höher. Hast du einen Eimer? Habe ich gerade wieder da hinten reingetan. Ich habe noch Fresh Water. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ich will nicht brennen. Das ist ein Wasserloch. Oh, oh. Also hier ist gut. Geht das? Ja. Warum geht der denn hier nicht? Warte, wenn ich warte zu dir. Nein. Ja. Dann reingst du das ja noch schneller auf. Was hast du denn da für eine Plastikflasche? Ja, braucht man manchmal. Was war das? Das ist von Pamps Harvestcraft Fresh Water. Du, ich kann dich hier von eins sperren. Ich brauche doch nicht. Das ist voll geil, so. Du kannst ja doch bitte, bitte ab... Ich gucke mal ganz kurz ein Quest-Bug. Quest-Bug, was läuft? Quest-Bug. Okay, wir brauchen Bone-Stalker-Stalk. Spider-Eye. Ne, warte, was brauchen wir dafür überhaupt? Bone-Stalker. Oh je. Genau, der Market will da Heiko bauen. Aber das wird, glaube ich, schwierig, weil wir sollen uns jetzt mal langsam... Oh, nenne ich One. Bone-Stalker. Andere, das war die scheiß Quest. Wie heißt denn das Essen? Bowl? Der braucht immer noch Obsidian, ne? Aber dafür brauchen wir mehr Eimer. Und dafür mehr Eisen. Aber Eisen haben wir jetzt. Vielleicht können wir die Eimer machen. Eimer! Eimer! Ah, Spider-Eye, Soup und Stock. Ach, genau, Stock. Was probiert ihr jetzt aus? Ihr braucht einen Pott. Alter, ein Pott kostet vier Eisen. Oder vier Kupfer oder vier Stahl? Habe ich die Erlaubnis? Geht ja gar nicht. Achso, wir haben einen Heavy-Thief, ne? Ui! Bin wir ein bisschen abgekühlt. Vielleicht machen wir da immer einen Cut rein, wenn wir uns abkühlen. Ich habe noch einen Ice-Cube. Kann ich den lutschen? Kann ich den nicht lutschen. Meist du nicht. Können wir den ganzen Bohnen aus Schnee machen? Ne, ne. Mal probieren. Warte, ich gucke mal ganz kurz nochmal. Es gibt ja die Quest hier mit den Coils. Damit kann man sich relativ gut abkühlen, wenn man einen Raum hat, wo das drin ist. Aber ich glaube, bis wir die machen können. Geht noch ein bisschen Zeit? Ja, ich glaube schon. Cooling Coil. Ich möchte aber in der Folge auf jeden Fall nochmal oben schnell die Sachen da rein. Ah, Diamond Shards, genau. Diamond Shards, ah, das war das. Du hast einen Diamond, oder? Ich habe einen Diamond, ja. Weil mit einem Diamond bekommen wir einen neuen Shard. Mit sechs Shards können wir einen Cooling Coil machen. Wir brauchen allerdings noch einen Shard Die und einen Ja-Hammer. Der Ja-Hammer war das Problem. Nether Break, dafür brauchen wir ein Netaportal. Das war's, oder? Genau. Okay, und... Finden wir denn... Wir finden bestimmt ein Netaportal, oder? Ne. Hab sie nicht? Warum nicht überall Zeug? Ich geh mal eben hoch, mach die Farm fertig. Okay. So ein super volles Mental, ey. Ja, und ich habe voll Hunger, ey. Aber oh, jetzt bin ich oben und habe... Oh, Mann. Kann ich eigentlich im Boden bauen, ne? Das geht nicht. Ich mache jetzt hier erstmal ein paar Bäume hin. Drauf, hier schießt er immer. Oh, mein Gott. Hatte gemacht drei Rennen. Das haben auch so viele Leute geschrieben, ne? Hab ich gesehen. Was denn? Dass man... Dass man den Iron or Dust und sowas doch in die Schmiede packen soll, weil er sich dann verdoppelt. Aber das macht er gar nicht. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, ist ausgestellt wahrscheinlich. Ach so, geht nicht mehr. Wahrscheinlich, weil wir eine aktuelle Version machen. Dann wäre es halt so einfach. Und wir können auch keine Bäume antanzen, Leute. Das wurde dazu gecheatet. Ja, ich sag extra gecheatet, weil das gehört nicht in dieses Modpack rein. Das ist quasi, wenn man das auf billig spielen möchte. Aber in Hardcore. Naja, stimmt. Billig auf Hardcore. Ja, irgendwie ist dann die Challenge nicht so ganz. Nee. Da, hör mal. Challenge not accepted. Oh, oh, mir wird wieder wahnsinnig hot. Ja, aber wie geht's denn jetzt hier weiter, ne? Wir haben kein Holz, kein Baumhiel, kein Eisen. Scheiße, Mann. Ja, aber warte mal. Wir haben jetzt schon mal eine Etage, wo vier Bäume drauf wachsen, ne? Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ehrlich? Und zwar ein Dragon Fruit und zwei Orange. Hä? Dann komm ich doch mal hoch und es folgt die Ahnung. Und ich hab zehn Knochen übrigens. Ach, lol. Warst du Bone Meal oder Knochen? Bone Meal oder? Kann ich das auf die Bäume drücken? Ne, warte, lass ich. Die wachsen auch so, hoffentlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, lol. Holy moly. Oh, mir wird grad mal richtig heiß. Hier ist ein Bone Meal. Oh, ah, dankeschön. Hier hat grad das Buchregal angefangen zu brennen. Echt? Welches? Das ist neben der Lauerkrille, die jetzt weg ist. Ah, okay. Und? Ganze Hausaufbrenzen. Der heißt, ich Bone Meal verballert und es ist kein Baum gewachsen. Das ist doof, ne? Ach, du wolltest Holz haben. Okay. Ja, also jetzt haben wir kein Bone Meal. Oh Mann, aber ich hab ohne Ende Holz. Was? Nein, verarscht. Okay, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, guckt in die Videobeschreibung. Morgen kommt nämlich CastGrafters Folge. Heute nochmal die Anmerkung. Heute startet das generelle Minecraft Doors Projekt. Auch in der Videobeschreibung vielleicht. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Forever Stranded. Ich hoffe nicht für immer. Tschüss. Tschüss.